Das macht er gut. Ball kommt flach. Gibt's jetzt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Super, das ist klasse vorbereitet. Der Fall in der letzten Pass war Bockstatt. Könnte jetzt was werden. Jetzt eine gute Flanke. Da schießt er. Alles wieder offen in diesem Spiel. Jetzt Martínez. Das könnte gefährlich werden. Jetzt Martínez. Jetzt vielleicht. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Stark gespielt. Und jetzt die Chance. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Da ist die Reingabe. Fünfer, ja, drin, vor. Er ist erst seit ein paar Minuten dran und schon macht er die Borde. Da hat er wechseln wir los. Jetzt vielleicht. Schöne Flanke jetzt. Ein fantastisches Tor. Der geht flach rein. Da war der Zulter. Nicht schnell genug unten. Super vorbereitet das Tor. Das muss auch mal gesagt sein. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Du verm muffli das Tor. Wenn kommst du aus. Dann machst du über Privats remarkably.